Achso, das kennen wir doch. Ähm, so. Ähm, was habe ich jetzt? Toll. Ach, Sony. Hm? Ja. Geh ich auch. Oh, ne Bank. Ah, cool. Puh. Hast du schon etwas im Safe? Sonst könntest du... Ähm, muss ich schnell schauen. Neue Platine. Ähm, warte auf... So, Moment. Im Safe? Also, was meinst du hier? Du kannst dir Sachen reinlegen, wenn du mal Überschuss hast für schlechte Zeit. Achso. Ich habe hier ein Medipack. Wie kann ich die Sachen in mein Inventar nehmen? Einfach drauf gehen und E drücken. Rechts ist das im Safe. Links ist das im Safe. Achso, ja. Jetzt habe ich es gesehen. Ja klar. Gut, gut. So. Ähm, Waffen Upgrades. Was habe ich denn hier noch Brauchbares gefunden? Beuraten. 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 Schaden. Clip hinzu. Nachladen. Beuraten. Plus. Das habe ich schon. So. Passt. Ah, cool. Jetzt habe ich auch gefunden, wie das funktioniert. Was hast du gefunden? Bei den Clip ausrüsten kannst du die verkaufen. Äh, ich meine bei den Platinen. Schliessenkarten. Was bei den Platinen? Du kannst die Platinen, die du findest, auseinander nehmen. Okay. Du kannst die Platinen, die du findest, auseinander nehmen. Dort, wo du sie einbaust. Dann erhältst du Wolken. Hier in den Klinik, in den Klinik, was ist das überhaupt? Was heißt, dass du sterben musst? Wer alle, was tun wir es nicht schickt? Schenkt dir jemanden, der das so zerlädigt? Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Wir müssen es nicht erfahren. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Hm. Konische Streuung, was ist denn das? Ist das auch was für eine Waffe? Das macht... Nein, das ist eine Spitze mit der... Ah. Du kannst da eine Shotgun herstellen. Habe ich endlich mal eine... Hier hat's eine Schlüsselkarte. Würde ich dir als Zweitwaffe empfehlen, wenn ein Vieh zu nah herankommt, ist eine Shotgun genial. Ich nehme hier mal noch die Schlüsselkarte auf. Vom Kommandoturm. Dann kannst du, glaube ich, mit der... Ähm... Telemetrie... Holzen kombinieren. Jetzt haben wir eine optionale Mission. Ähm... Kommandoturm untersuchen. Okay. Habe ich die Schlüsselkarte für die optionale Mission gefunden. Du meinst, als Zweitwaffe soll ich die Schrotflint eigentlich equipen? Genau. Falls etwas zu nahe kommt. Kann ich da ähm... Egal, ich habe ja den Telemetriebolzen als Zweitwaffe. Kann ich da einfach die ähm... Spitze wechseln? Genau. Ah ja, klar. Stimmt. Was ist ne... Diffra... Diffraktions... Ring... Was ist das? Ne andere Spitze. Ist die gut, oder? Ich weiss... Das ist auf jeder Waffe anders. Okay. Ich werde jetzt hier mal die Streuung einbauen und die... Ah, die kann ich gar nicht... Bei dem... Beim Militärantrieb kann ich die nicht verbauen. Okay. Okay. Gut, ich kann machen, wenn ich mich selbst heile, dass du mitgeheilt wirst. Okay. Ähm... Ja, sicher nicht schlecht, ja? Haha, ich mach da rein. Das ist die elektrische Aufladung. Die kann ich ja auch als ähm... Erweiterung ähm... Einbauen. Ja. Baue ich mal rein. Rahmen, der passt glaube ich noch. Ja. Okay. Basteln wir es mal zusammen. Erhöht den Waffenschaden. Gar nicht schlecht. Hast du noch was geändert bei dir? Ja, eben. Ich kann jetzt dich mitteilen. Ach so, das... In Situationen wie eben wäre das gar nicht schlecht. Stimmt. Hier ist verriegelt. Okay. Da oben habe ich das Zeugs geholt mit der Karte für die optionale Mission. Ich denke, wir müssen wieder zurück. Kann das sein? Nee, oder? Muss fast. Ja. Okay. Das weist uns hier hin. Ja, hier. Hier geht's weiter. Können wir die Mission irgendwie auswählen? Ähm... Was ist das? Moment. Ja, geht. Sehr gut. Was hast du? Was hast du? Die Mission ausgewählt? Ach so, damit wir mit B... Zugang zum Kontroll... Hier geht's! Zum Kontrollraum. Okay. Das ist gerade diese Tür hier. Also das wird wohl ein Lift wieder sein, ja. Ich sehe dich. Schätze, du hast clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Oh, hört sich gut an. AdWords finden. Ich schaue mal kurz mit Tabulator nach. Wir sollten dann was sehen. AdWords finden, okay. Ich weiss nicht, ob du die Musik hörst, aber... Ja, ich höre sie, ja. Hört sich nicht gerade nach einem guten Moment an, etwas nachzuschauen. Nee, nicht wirklich. Da knistert... Ach, schau mal an die Decke. Ich glaube, das lebt. Ähm, ja. Ähm, ich versuche mal meine Schrotflinte. Hm. Ich glaube, die haben wir jetzt mehr überrascht, als sie uns. Naja, ich hätte sie gar nicht bemerkt. Ja, ich dachte, ich schaue mal dauer nach oben mit der Taschenlampe, habe ich was gesehen. Aber ansonsten wären sie uns, glaube ich, auf den Kopf gesprungen. Hier oben hat das noch einer. Machen die das jetzt immer so? Ich bin das nicht nett von denen. Hat sie das, wieder dieses Särge hier. Die liegen da einfach so rum. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier ein armenisches Gegenteil behauptet. Hm. Hier hinten ist der Kommunikationsraum. Ehenwanderer. Was ist denn das hier? Das ist ein Sprengsatz, oder was soll das sein hier? Das sieht so aus. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch was anderes. Nein, das sieht nachher im Sprengsatz aus. Da hat es ja noch mehr von diesen Dingen überall. Der ist auf den Lüftungsschächten. Ja. Und durch die Lüftungsschächte kommen was nochmal? Ähm, liebenswürdige, ähm, komische, ähm, tote Viecher. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir laufen hier in eine Falle. Aber... Nur so eine Theorie. Sieht definitiv so aus. Was ist das hier? Ich glaube, du kannst den Viecher anschmeissen. Okay. Ja, da oben hat es noch eine Tür, die aufgeht, glaube ich. Wo war das jetzt nochmal? Hier. Hier, ja. Hier müssen wir. Ja, versuchen wir es mal, oder? Mhm. Okay. Und jetzt wird's richtig lustig. Mhm. Mhm. Ach nett. Wusste ich doch. Ach du Scheiße. Schlag vor. Was? Wir teilen uns hier. Jeder schaut auf eine Seite. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäne-Abregelung aktiviert. Oh. In der Nähe bleiben. Wo bist du? Ah, da. Immer noch oben. Ah, ich sehe dich. Ah, das Krieg. Ach, das kotzt mich an, das Viech. Ah. Ah. Ohoho. Nee, ich hab keine Munition. Ah, Munition hier. Shit, shit, shit. Ah. Nicht die Straße vergessen. Zum Gegner was anschmeissen. Ja. Oh, ich heil mich schnell. Okay. Oh, da kommt einer raus. Achtung. Oh oh. Ich muss da glaube ich wieder was hacken, Achtung. Ich glaube wieder dasselbe. Okay, das war falsch. Irgendwas ist gerade in Lüftungsschächten verschwunden. Ich gebe mir Mühe, dass es schnell geht. Autsch, was war das jetzt? Es ist tot. Okay. Ich versuche es nochmal. Ich habe mich gerade davon abgehalten, zum da was. Ich habe es einmal mit meiner Explosion ins Kanister gestopft. Saubere Arbeit. Rot, rot, nee. Gut. Ich habe die Tür gehackt. Ich glaube wir können weitergehen hier. Okay. Ich nehme noch einen Andenken mit. Okay. Soll ich? Gut. Der Kerl hat uns voll verarscht. Sicher hast du es voll drauf alles umzulegen was dich bewegt. Gut. Aber dein tolles Arsenal ist sehr sehr wichtig. Elektrizität kannst du nicht killen. Hm. Hier ist die nächste Tür. Ich öffne mal die Tür. Hier kannst du den Bot losschicken. Ich weiss nicht, ob es jetzt noch geht bei dir. Was hier oder was? Nimm mal deinen Bot nach vorne. Mit drei. Ja. Mach rechtsklick. Ähm. Was zeigt er dann? Ähm. Ja, das ist. Das ist. Nein, es zeigt nach rechts. Jetzt da wahrscheinlich oder nicht? Nein, es zeigt immer nach rechts unten. Also bei mir blinkt es einfach. Also ich weiss nicht, ob du das gleiche setzt. Bei mir zeigt es nach rechts. Oh! Toll! Hilfe! Hilfe! Boah! Hinten! 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 Ah! Blödes Vieh! Oh shit! Ich dachte eigentlich wir wären hier sicher. Aber ja. Wir haben hier fröhlich mit den Bots herum gespielt und dann kamen diese Viecher. Ähm. Was ist mit dem Bot? Was meinst du? Er hat die ganze Zeit nicht angezeigt, dass wir uns nach rechts schauen. Bei mir blinkt es einfach. Ne, es blinkt nach rechts. Ich sehe es auf deinem Display. Ich sehe nichts, was nach rechts zeigen sollte. Die Kreise, die gehen nach rechts unten bei dir. Die gehen einfach in die Mitte. Okay, dann vielleicht siehst du was anderes als ich. Also ich sehe nichts, was nach rechts unten geht. Oder vielleicht sehe ich es einfach nicht. Dann setz ihn aus. Wie? Mit E? Einfach drücken. Schiessen. Achso. Okay. Wir machen hier mal weiter. Sollte hier was sammeln. Ich öffne mal.